hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen folge last hier mal mit paar neuen mit dem guten nudelsitz servus mit der hexe hallo mit dem guten alten alpaca so ein random gucken oh gott ihr zwei volt killer machen also ich will auch nicht vor lustig das wird wieso kann ich nicht warum du hast so lange gewartet ja da ist eine zeit ich wollte gerade den schwarzen da jetzt hat er verpasst rollenverteilung was können wir ich nehme schläger ich nehme heiler ich glaube ja auch auf heil ich habe rausgefunden schläger ist mehr was okay so first we find some fuel next das ist ich habe vergessen den sound einstellen seit wann überspringen die ddl okay dann mache ich doch nicht medic das ist schon voll okay ja dann mache ich halt auch noch schläger jetzt hat es mir automatisch ausgewählt das kann ich doch aber hier irgendwo ändern wieder muss ich auf nächste runde warten auf c kannst du noch wechselte ja jetzt gedrückt irgendwie nicht aber na ja nächste runde also wenn ich wenn ich einmal tot war dann geht also ich will mit baseball schläger kräft aber auch mit 20 warum ist das benzin jetzt wer ist dann eigentlich gehen wir ja bei mir ja unten unten hilfe ich bin sehr weit weg das ist ich bin grad heil ah scheiße oh nein jetzt killt er mich auch noch dachte ich mir schon ich lass dich einfach mal sterben kurz da unten geh mal weg hier der war dahinter jeder lief gar eine maus an mir vorbei oh hier ist er stell dein komisches teil hilf es heiler noch dann stell es nicht stell dein ding so nach 10 min bin ich wieder da äh seko ich hab ne nagelpistole da kannst du jemanden festnageln hast du auch meine nagelpistole zu nageln er hat das nicht ausgemacht ich glaube es ist ja nicht dass ich jetzt hier runterkommt kann ich jetzt hier oben das wäre toll wenn ich hier oben ne du bist weg geh mal weg oh oh ich häng ja ein bisschen an in der kammer in der wiesenkammer oh base kommst du mich retten in der wiese sag ich schon der base ich kite unseren lieben killer mal ein bisschen hier rum ja ich such ne treppe aber irgendwie find ich keine ich fühl mich fast wie ein wo w damals als jäger ist er noch hinter mir wo ist er denn jetzt hin weiss ich nicht er rennt den typen hinterher den sie boss ah da ist die tür äh ne treppe er rennt den den fremdling hinterher äh äh was mein aschieskiller ja was au auf ich habe die falle gedreht äh scheitsmine wer hat die gelebt ähm da oben ist bin das fremdling glaube ich oder du guckummel so ähm ja ich komme gleich in 37 minuten so viel dazu da gibt es schon wieder runter bleib am besten um vielleicht spawne ich hier wieder ja ja 15 minuten hat schon irgendjemandes benzin ja hab ich nein nein ja wir sind hier ein heiler und irgend ja also den kann man relativ gut kalt jo macht die tür von meiner lasse zu sorry nein mein ernst gerade kameradschaftlich ich dachte du wärst schon durch die tür als ich renne raus um sie noch zu heilen sie rennt an mir vorbei und macht sie damit hinterher die Tür zu oh ne der gogo kommt schon dazu haha hab dich getötet take a nap you dumb baby jetzt ist mein basebush liga wieder mein mann roughset achte sekunden noch achte sekunden noch ja also die bd muss sagen liegt mir mehr ja also muss hier was neues ja ja man muss erstmal reinkommen es ist mal was anderes ja ja bin schon unterwegs ist zu suchen ich freu mal runter na ich soll es wie du wieder gut machen sein ja klar ja ja ich bin bei dir Nudelfritz ja ich hab'n ich hab'n ich beschütze dich mit meinem leben ja nerd 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 oh 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 jetzt die Tür zu oben auf ich bin weg ja oh 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 alter hat das der hat da überall Fallen gelegt ja hält doch mal auf das ist scheiße ich sag's mir was jetzt auf ich schnapp hier mal aus Benzin her ich hoffe ich hoffe es ist wieder so gibt sie nur den einen Ausgang oder gibt es nicht noch andere genau boah war das klapp kaitet ihn hier in die Richtung ich komme ich komme ich kann meine Pistole ein bisschen was machen kaitet ihn hierher er ist hier oben ich bin weg ich hab noch das Benzinchen die Pistole hat nämlich eine ziemlich hohe Schussfrequenz das ist ganz geil Danny hopp was machst du was machst du 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 hast doch aber auch Danny irgend so nen Charge glaube ich oder nicht ja er tut ja ja aber nur weil ich ausdauer über die Pistole die Pistole die Pistole aber dieser random Typ nervt seine Beispielmechanik aus das bin ich mit dem Mabukmechaniker nein der andere die ganze Zeit nein so ja was soll ich einbauen der Punkt ist nur wir können das jetzt so zu Ende spielen ich kann es auch die ganze Zeit hier stehen bleiben und warten bis der Typ mit dem Tank kommt X-Base dein Ernst? mich rausschieben kannst langsam nein ok ich bin ein na gut ich glaube wenn du hier wenn du hier als ähm Team zusammenbleibst hier in der Sporthalle sowieso da hast du als Killer fast keine Chancen ok ok fast wobei vielleicht vielleicht mit dem mit der Kette der Killer mit der Kette das könnte was sein ja 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 kann ich das halt die ich habe hier so eine nagelpistole ja weil ich doch am anfang heiler machen wollte okay aber man sieht schon mit dem mit der kette kann sie hier ordentlich damit machen ich komme erst in 1.5 Ich bin dröscht. Ich bin dröscht. Oh, ich bin dröscht. Das ist ein D-D-I-D. Ah, ja, get ready. Aha, wer ist denn da? Ich bin dröscht. Ist das denn? Nein, das ist ihr. Ah, jetzt. Get ready. Der Ko, der macht einfach ein paar Schnell. ich höre den umher schlampfen ja irgendwo alle da ich noch nicht ich komme in sieben minuten ich bin in den keller gefallen vor lauter schreck nee vor lauter in himmel zu ja gogo mach auf warte ich hole ich hole alpaca noch der ist hier ich mag den keller nicht der ist so wunderschön aber da gibt es gut kracht ja man muss die krasse wiederfinden keiner hat diesen tracker oder so was so wir sind da alle da ich habe den wir müssen aufpassen und andere richten zu machen der hat so weit vor gedreht dass ich da vorne ist er ich habe ihn hier mit aller grafen ein ich habe mich vorbereitet leute ich habe auch zu ich meine mit den ganzen pfeilen nein verdammt da lagen sechs fallen in reihe hatte das müssen sie auch mal ändern okay wenn du wenn du das so planten kannst es mies ich hab ich wollte jetzt mal ausprobieren ob das geht du kannst bis zu sechs von diesen fallen planten und das ist nur dieser kurze steg ihr müsst darüber und dann verschwindet immer eine ne wenn du mehr brauchst du eine runde eine folge oder können wir machen so 20 minuten noch mal eine folge ja dann würde ich mal sagen ich hoffe euch hat die folge gefallen wenn ja das gern like da bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal ciao 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 Vielen Dank.